Willkommen zu unserer Beitragsreihe Medienproduktion mit Linux. Diesmal geht es um die Installation und Einrichtung von KDE Neon. Wir haben uns für KDE Neon entschieden, weil kaum eine andere Distribution bzw. Desktop-Umgebung so umfassende Konfigurationen erlaubt wie eben KDE Neon. Was benötigt ihr nun, um Linux auf eurem Rechner zu installieren? Ganz klar ein Image, das könnt ihr euch herunterladen bei KDE.org. Alle Links sind natürlich hier in der Videobeschreibung zu finden. Um dieses Image dann wirklich installieren zu können, benötigt ihr einen bootfähigen USB-Stick. Um diesen zu erstellen, bietet sich Etcher an. Etcher ist ein Open-Source-Tool eben zur Erstellung dieser USB-Sticks. Die Oberfläche ist recht schnell erklärt. Ihr müsst lediglich euer heruntergeladenes Image auswählen. Einen USB-Stick bereitstellen, ca. 4 oder 8 GB sollten definitiv ausreichen. Wählt diesen aus und drückt anschließend einfach nur noch auf Flash. Etcher wird dann den bootfähigen USB-Stick für euch erstellen. Anschließend müssen wir dem BIOS einen Besuch abstatten. BIOS ist das Basic Input Output System eures Computers. Um tatsächlich in das BIOS gelangen zu können, müssen wir direkt nach dem Einschalten des Rechners die BIOS-Taste drücken. Diese Taste unterscheidet sich von Computer zu Computer. Häufig ist es F2 oder Entfernen. Ich habe allerdings auch schon F12 gesehen oder ESC oder gar F1. Schaut einfach im Manual oder im Internet nach, um die BIOS-Taste für euren Rechner herauszufinden. Euer BIOS wird sicherlich ein wenig anders aussehen. Der Grundaufbau ist allerdings relativ ähnlich. Wir müssen uns zum Boot-Bereich bewegen oder zum Boot-Tab hier in diesem Beispiel und die Boot-Priorität oder die Boot-Reihenfolge umstellen und zwar von Harddisk oder von Festplatte auf USB-Stick. Auf euren erstellten bootfähigen USB-Stick. Habt ihr das getan, müsst ihr einfach nur noch Speichern und Beenden. Anschließend bootet euer Rechner vom USB-Stick. Und in einem kleinen Menü müsst ihr nur noch auswählen, KDE Neon testen und installieren. Anschließend begrüßt uns der wirklich sehr aufgeräumte Desktop von KDE Neon bzw. KDE Plasma. Nun müsst ihr nur noch Neon User installieren anklicken. Der nun folgende Installations-Wizard ist wirklich sehr, sehr leicht verständlich und geleitet euch elegant durch die Installation. Nach erfolgter Installation und erfolgten Reboot kümmern wir uns nun um das Look and Feel von KDE Neon. Als erstes bauen wir unseren Desktop ein wenig Mac-like und danach ein Windows-Look-Alike. Was benötigen wir als erstes für einen Mac-Look and Feel? Ich würde sagen, wir rufen mal kurz die Systemeinstellung auf. Mittels Alt- und Leertaste könnt ihr die Kontext-Suche aktivieren. Einfach nur Systemeinstellung eingeben. Und mittels Anwendungsstil können wir die Fenster- Dekorationen, wie sie hier genannt werden, einstellen. Die Fenster-Dekorationen, namentlich Schließen, Minimieren und Maximieren-Button, befinden sich beim Mac hier auf der linken Seite. Da müssen wir einfach sehr komfortabel per Drag-and-Drop die Button jeweils an die Seite schieben, beziehungsweise schieben und ziehen. Das ist wirklich sehr, sehr komfortabel und vor allen Dingen, was mich überrascht hat beim ersten Mal oder bei der ersten Arbeit mit KDE Neon, man benötigt überhaupt kein Terminal für diese relativ simple Änderung. Mit dem Druck auf Anwenden ist auch schon die Änderung live. Die Taskleiste könnt ihr mit dem Druck auf den Hamburger-Button bearbeiten. Schiebt sie einfach mittels Bildschirmkante-Button nach oben und justiert auch noch die Höhe nach, wenn ihr möchtet. Nun können wir dieses Mini-Programm löschen. Alle Features, die diese Leiste beinhalten, sind Mini-Programme. Das zum Beispiel war die Fensterleiste, die benötigen wir für diesen Fall nicht. Aber damit unsere WLAN, Bluetooth und Zeitwidgets wieder an der richtigen Stelle erscheinen, müssen wir einen Abstandshalter einfügen. Das Handling der Abstandshalter wirkt am Anfang etwas hakelig, aber man gewöhnt sich daran. Nun gilt es nur noch, das Mini-Programm ein globales Menü einzubauen. Dafür gibt es auch eine sehr, sehr handliche Suche und das ist schneller gefunden. Dieses globale Menü gilt nun als der zentrale Navigationspunkt für alle Fenster in KDE Neon. Damit haben wir sie schon eingebaut und sie ist voll funktionstüchtig. Als nächstes sollten wir vielleicht noch dieses weitere Desktop-Menü-Icon weiter nach unten schieben. Das klappt dann einfach zusammen. Genau. So. Zoom-Meg. An dieser Stelle werden wir nun ein paar Programme installieren. Also einfach die Suchleiste aufrufen mit Alt- und Leertaste und Discover eingeben. Discover ist sozusagen der App-Store oder das Software-Center für KDE Neon. Hier können fast alle Programme installiert werden, die wir für unsere Beitragsreihe benötigen, wie zum Beispiel Kaelin Live oder Krita oder beispielsweise auch Ardor. Andere Programme wie Graphic Designer müsst ihr per Terminal nachinstallieren. Wir haben im Blog einen grandiosen Artikel, der sich direkt darum kümmert. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. An dieser Stelle werden wir allerdings erstmal ein Doc installieren. Und zwar empfehle ich für KDE Neon ganz klar das Latte-Doc. Nach der Installation erscheint es auch schon unten und wir können weitere Konfigurationen vornehmen. Die Liste der möglichen Konfigurationen ist unglaublich groß. Ich habe mich hier für eine mittige Ausrichtung entschieden und für kaum Tweaks. Achso, ja, glühende Punkte unter den Anwendungen, damit man sieht, welche Anwendungen direkt laufen. Also ihr könnt wirklich sehr, sehr viel nach euren Wünschen einstellen an diesem Doc. Um nun eine Anwendung fest im Doc zu integrieren, müsst ihr diese nur starten, einen Rechtsklick auf das Symbol ausführen und Anheften auswählen. Und so verbleibt diese im Doc. Unglaublich praktisch. Damit sind wir auch mit dem Mac-Style tatsächlich schon komplett fertig. Kümmern wir uns jetzt um den Windows-Lookalike. Also wieder komplett alles zurück auf Ursprung. Euch werden gleich diese Desktop-Icons ins Auge fallen und dieses wunderbare, wunderschöne Startmenü. Zu diesen Punkten kommen wir gleich noch. Als erstes müssen wir etwas Grundlegenderes ändern. Irgendwie müssen wir die Task-Leiste doch ein bisschen, naja, Windows-10-artiger gestalten. Dazu wählen wir Arbeitsbereich-Design und Arbeitsflächen-Design. Hier fügen wir einfach neue Erweiterungen hinzu und suchen nach K10 oder K10. Installiert diese Erweiterung und wählt diese anschließend nur noch raus und wendet sie an. Und voila. Das ist schon ziemlich Windows-10-like, möchte ich sagen. Okay, klar. Die Desktop-Icons machen schon einiges. Ja, passt noch die Task-Leiste euren Bedürfnissen an. Ja, bisschen größer. Nicht schlecht. Auch das Taskmenü sieht schon bedeutend mehr nach Windows aus. Gut, kümmern wir uns mal um das Fenster-Design. Als nächstes gehen wir einfach in Anwendungsstil, in die Fenster-Dekoration und wählen neue Dekoration herunterladen. Auch hier wieder K10 oder K10. Installiert diese Anwendung einfach und wendet sie natürlich an. Und schon. Es ist so unglaublich. Windows 10-like. Wunderschön. Ja, das nächste Miniprogramm, was es hinzuzufügen gilt, wird uns in der Task-Leiste ausschließlich Icons darstellen. Ich habe es jetzt unter Icons nicht gefunden. Ähm, wie ist es doch? Ah ja. Fenster-Leiste nur mit Symbolen oder per Drag & Drop, also einfach in die Task-Leiste. Ihr seht, da haben wir jetzt diese Icons und können die Fenster-Leiste abermals löschen. Wir benötigen keinen Abstandhalter. Es sieht einfach so in Ordnung aus. Grandios. Gut, als nächstes gilt es noch ein Miniprogramm hinzuzufügen und zwar eben unter Neue Miniprogramme holen, weil das ist noch nicht installiert. Hier gilt es dieses Tile-Menu hinzuzufügen. Das ist dieses Windows 10 Startmenü-artige Menü. Das habe ich schon hinzugefügt, deswegen kann ich es jetzt nicht installieren, aber ihr müsstet es jetzt an dieser Stelle installieren, wenn ihr dieses Menü möchtet. Und unter Alternativen, wenn ihr per Rechtsklick draufklickt, müsst ihr das Teilmenü auswählen. Standardmäßig ist es der Anwendungsstarter. Jetzt müssen wir uns nur noch um Desktop-Icons kümmern, weil ich denke, das ist tatsächlich auch eine Sache, die Windows prägt. Öffnet hierzu einfach die Konsole. Das könnt ihr per Shortcut machen, wenn ihr schon einen festgelegt habt oder eben einfach wieder über Alt- und Leertaste. Und hier könnt ihr einfach versuchen, den Befehl für den Anwendungsstart eines Programmes herauszufinden. Ich habe mittlerweile schon Graphit Designer installiert, aber es würde jetzt mit jedem anderen Programm auch funktionieren. Im Terminal gebt ihr einfach den Namen des Programmes ein, so wie er ungefähr heißt und versucht im Zuge, wenn ihr das eingebt, Tab zu drücken. Tab macht folgendes, es vervollständigt eure Eingabe und zeigt euch dann das an, was tatsächlich vorhanden ist. Ihr werdet sehen, Graphit Designer lässt sich nicht vervollständigen, weil das Programm nicht so heißt. Also der Programmaufruf. Graphit Designer ist tatsächlich mit einem großen G. Das ist der komplette Programmaufruf. Das eingegeben öffnet Graphit Designer. Das können wir uns jetzt zunutze machen für diese Desktop-Entries oder Desktop-Shortcuts, Icons. Sorry, ich bin nicht mehr ganz so fit in der Windows-Sprechweise. Kopiert euch das einfach und geht per Rechtsklick auf Neuerstellen Verknüpfung zu Programm. Hier müsst ihr unter dem Tab Programm als Befehl eben diesen kopierten Befehl einfügen. Gebt dem Shortcut noch einen relativ außergekräftigen Namen. In meinem Fall Graphit Designer wäre wahrscheinlich ganz gut. Eine Beschreibung lohnt sich auch, weil das ist dann im System besser indizierbar oder indexierbar. Graphit Designer ist ein Vektor-Grafiktool. Wir werden in unserer Beitragsreihe definitiv noch darauf kommen. Und nun könnt ihr noch ein Symbol auswählen. Die meisten Programme, die ihr so nachinstalliert, kommen schon mit Symbolen. Das wäre das für Graphit Designer. Okay und da ist sie. Noch an eine relativ hübsche Stelle schieben. Und die Verknüpfung funktioniert. Vielleicht nicht ganz so einfach wie unter Windows, aber definitiv es funktioniert. Man kann auch unter KDE Neon Desktop-Verknüpfungen erstellen. Damit sind wir tatsächlich fertig mit der Kosmetischen und Programmeinrichtung von KDE Neon. In den nächsten Artikeln und Videos kümmern wir uns dann tatsächlich um spezifische Programme, die ihr für die Medienproduktion unter Linux verwenden könnt.